Musik Unweit vom Großglockner entfernt liegt das romantische Ober-Trauburg mit seinem bekannten Bikergasthof Post. Hier empfängt Bikerwirt Michael seine zahlreichen Motorradgäste. Herzlich Willkommen in der Post in Ober-Trauburg im sonnigen Landkern. Michael ist selbst begeisterter Motorradfahrer und hat so manchen Geheimtipp parat. Natürlich geht der Hotelier auch selbst mit auf Tour. Und jetzt geht es zum Glockner. Musik Der Bikergasthof Post bietet einen umfangreichen Motorrad-Service, der von der gigantischen Bikergarage bis zur Schrauberecke reicht. Fitness-Fans können im Kraftraum ihre Muskeln trainieren, um am nächsten Tag genug Power in den Arm zu haben. Denn es ist Lenkarbeit gefordert, wenn es zum Beispiel nach Slowenien oder ins italienische Friaul geht. Musik In den modernen und gemütlichen Zimmern im Gasthof Post fühlen sich die Biker genauso wohl wie im herrlich gelegenen Biergarten und in der urigen Gaststube. Also Kollegen, ich freue mich auf euren Besuch. Bis bald. Musik Musik